So, da sind wir wieder bei Tomb Raider Anuasovie und wir starten jetzt einfach mal dieses wunderschöne Gerät hier. Na na na, wir sind aber ganz schön schnell unterwegs. Na? Tut mir leid, Schätzchen. Hier ist Endstation. Geben Sie schon her, Larsen. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Und was hat das mit Ihnen zu tun? Der Sion gehört Nadler. Kapiert? Sie haben hier nichts zu melden. Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Aus dem Weg, oder ich töte Sie. Wollen Sie mich etwa erschießen? Kommen Sie, Lara. Ich mache nur meinen Job. Ich weiß, wie sehr Sie ihn wollen, aber ich kann Sie nicht vorbeilassen. Und wir wissen beide, dass Sie mich nicht dafür töten würden. Das ist einfach nicht Ihr Stil. Ich fürchte, da irren Sie sich. So hätte es nicht enden müssen. Ja, die falsche Schasse gedrückt. Ich bin tot. Also, du hast drei Schüsse im Brustbereich bekommen. Da gibt es kein Atmen mehr. Ja, das ist ein Stil. Ich bin tot. Ach komm, sei doch nicht so... Sentimental, was auch Tiere rumgebrachte. Da würde ich viel mehr heulen. Um Tiere. Ich denke mal, dass ich das hier nicht mal alles einsetzen muss. Also nicht alles, nur die blaue. So, ruf das Ding. So, jetzt haben wir wieder freie Fahrt. Okay, so. Weiter geht's. Äh, hallo? Schulterblick nicht vergessen. So. Ah ja. Das war doch mal super actionreich. Äh. Mamma mia. Oh. Tschüss. Okay. Bäh. Können wir die eigentlich direkt da runter? Ich versuch's lieber mal nicht. So. Und hopp. Und hopp. Und. Wupp. Wäh. So. Äh, okay. Nee, da hoch. Genau. Ah, was gibt's da hinten? Munition. Achso, Munition. Ähm. Wupp. Wupp. Ich bin frei. Okay. Jetzt können wir da wieder runter, ne? Oh. Toll. Äh, was war da unten rechts? War das ein Secret oder eine Waffe? Und vor allem die Frage ist auch, ähm. Oh. Haben wir da? Ja. Hat das jetzt gespeichert, dass wir das genommen haben? Oder hat das nicht? Mann. Ich bin gehört etwas weiter rechts. Was hältst du da drunter? Oh. 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 Wer? So. Und so. Und. Ach, wir müssen eigentlich noch weiter. Das war nur aus Versehen, dass wir das beim ersten Mal geschafft haben, dass wir da direkt rechts, äh, uns festgehalten haben. Fürchte ich. So. So. Okay. Ähm. Da hinten, das haben wir noch nicht. Das ist bedauerlich. So. Danke, danke, danke. Danke. So, dann können wir jetzt auch mal direkt uns da röberspringen. Okay. So. Ähm. Hier ist nichts. Wie kommen wir hier hoch? Äh. 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 Wie war es hier? Ich bin hier irgendwas. Äh. 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 Ah, warte, müssen wir vielleicht. Aha. So, so. Okay, dann nach da drüben. Äh. Äh. Hallo, du. Äh. 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 Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich will, dass du schreist. Wenn sie nicht zu enden wollen, die lassen. Gehen sie aus dem Weg. Äh. 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 Das Gefühl ist gut, was. Es wird noch besser. Man kann es nicht erklären. Die Leute müssen es fühlen. Mädchen, du musst echt verrückt sein. Jetzt bist du nicht mehr so tough, was? Sie gehört mir. Äh. Oh, meinst du. Äh. 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 Danke. Okay, also die haben sich einfach gegenseitig umgebracht. Warum auch nicht? Könnte ich bitte das Messer haben? Nicht? Okay. Dann halt nicht. Was haben wir hier drin? Also, einfach nur so. So, mit dem können wir bestimmt da oben hin klettern. So. So. Sehr atmosphärisch auf jeden Fall. Hallo. Kann ich nicht da hoch? Oh. Hallöchen. Ich glaube, das Spiel gibt schon aus einem guten Grund uns so viel Munition. Ich befürchte nämlich, dass wir die auch gebrochen müssen. Hier müssen wir schon nicht alle Dingens berühren. Also, was heißt berühren? Die halt auslösen. Dann den Himmel da drücken. Also, erst wenn die alle fertig sind, oder? Nee. Also, ja. Also, doch. Erst wenn die fertig sind, so. Ähm. Dann wollen wir doch mal gucken. Oh, das ist ein Secret. Äh, hallo? So. Okay. Hä? Warum kommen wir da nicht... Warum hält sie sich da nicht einfach fest? Das wäre doch eine Idee, oder? So. Dann eben so. Oh. Nun. Ich dachte, vielleicht schafft sie das ja, aber nö. Dann, ähm. Machen wir eben nochmal. Hallo? Kann ich wieder einmal hier... So. Huch. Einmal. Shit. Ach, nö. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Schaffen wir das da rüber? Ja. So. Und so. Ach, jetzt haben wir da oben... Äh, da unten gar nicht das Dings eingesammelt. Ja. Das sind aber jetzt alle, oder? Dann würde ich nämlich noch mal hier den Abstecher... Nein! Machen. Gott. Okay, ich hole kurz das Medi-Pack da drüben und dann sehen wir uns beim Hebel. So. Jetzt müsste es uns aber gelingen. Zack, so. Tudududum. Okay. Verlorene Insel. Natlas Minen. Benötigte Zeit. 7 Stunden, 5 Minuten, 13 Sekunden. 2 Kills. Also die... Ne, 2 Kills. Aber wir haben... Wir haben doch mindestens 4 Ratten umgebracht. Und dann noch den... Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Äh, 8... Egal, ist auch... Ja, egal. 8 Vorräte, 3 von 4 Aktefakten, 0 von 1 Reliquien und gemeisterte Zeitspiel. Nö. Freigeschaltete Galerien. Okay, hier natürlich möchte ich die Vortritte speichern. Auf meinem Kohlkopf. Äh, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Buh.